Das war nicht das Optimale, aber... Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt dein Magen. Sorry. Da muss ich auch lang. Richtig? Oder auch nicht? Muss ich hier lang? Ein Bamm. Aber ist es unter mir, richtig? Ist nicht hier. Oder ist es über mir? Bin ich falsch? Das wird noch irgendwann mal was. Vielleicht hier? Schlafen und speichern. Gut. Nice. Aber auch nicht richtig. Ich gehe mal aufs Inventar. Ich sollte nämlich... Essen. Genau. Ich habe doch irgendwo... Bessen wir mal das Radieschen. Hi! Gelobt sei Jesus Christus. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn man's kann ja... So, kann ich zufälligerweise jetzt an dir vorbei? Dankeschön. Du folgst mir jetzt nicht. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Ich glaube, ich habe es verstanden. Oh, fuck. Ich habe kein Dietrich mehr. Richtig? Ja. Scheiße. Entschuldigung. Darf ich vorbei? Danke. 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 Hüte dich. Danke. 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 jetzt ein bisschen mehr und wir kommen ins geschäft ja das sollte passen dankeschön irgendwann habe ich kein geld mehr wenn es weitergeht muss ich dann das essen verkaufen dass ich mir nehme ich glaube ich habe verstanden wie es geht mit dem besser knacken ich kann wo bist du oh fuck ja jemand da Ich weiß. Bitte lass es das jetzt sein. Bitte, bitte lass es das jetzt sein. Bitte lass mich nicht nochmal die Triche benutzen müssen. Ich hab bald keine mehr. Ah, scheiße. Oh, fuck. Jetzt bin ich hier drin und kann nicht mehr... Das ist so zum Letzten. Bin ich dann endlich richtig? Die Karten sind hier sehr ungenau. Was, wenn ich hier gar nicht sein muss? Weil es ist über meinem Bett. Mein Bett ist woanders. Was ist hier unten? Ach ja, setz dich doch mal eben. Aufstehen. Geht noch weiter runter. Leute. Noch weiter? Nein? Jetzt ist Ruhe? Sehr schön. Ach Gott, im Himmel. Ich hab keine Lust mehr. Ich stell mich so doof hier an. Ich weiß. Das war zu erwarten. Ich sollte am besten nur noch ein bisschen was anderes aufnehmen. Puh, ich dachte gerade, da steht einer. Das waren nur die Fahnen zum Glück. Ich will mal was gucken. Mein Bett ist dort. Und angeblich soll das... über mir sein. Oh, das ist abri. Ich kauf jetzt ein bisschen was von dem Essen, was ich habe. Solche Taste. Und wenn das nicht funktioniert, dann keine Ahnung. Oh. Können wir Hand, wenn du gehst. Alles gut. Sprechen wir den Preis. Klar. Warum nicht? Du hast ja eine Menge Kohle an mir gemacht. Vier, vier. Das müsste in Ordnung sein, oder? Das ist Zeitverschwendung. Hat sich nicht mehr was zu tun. Ja der Mund ist es vw. Kann wir handeln wenn du gehst. Ich will Gott über dich wachen. Okay. 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 Sprechen wir den Preis? Klar. Warum nicht? Was sagst du dazu? Nah dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Das war so klar. Wie wär's damit? Nah dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Mit der Summe kann ich leben. Und? Echt? Wie viel Geld habe ich denn? Können wir handeln? Wenn du Geld hast... Ist zu viel. Kann ich nicht zahlen. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Ich hab nicht mehr genug Geld. Dann halt nicht. Scheiße. Echt so ein Huhn-Clan? Ich laufe doch zu Fuß. Wisst ihr was? Ihr könnt mich ja mal... ... 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 Nein ... Ja kommt! ... Ja kommt! Leg einfach los! Keine Lust mehr! Bringt mich um! Komm, leg los! Leg los! Was ist das so? Ja, ja, krieg dich. Nicht auszudenken, was er tut, wenn er das erfährt. Na und? Das Gesetz gilt für alle. So viel habe ich nicht. Zahlst du nicht, geht's in den Kerker. Ja, mach. Leg los. I don't fucking care. Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Und da ich dir so vertraue wie... einem Dieb... durchsuche ich dich nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Oh! Rück die Beute besser raus. Es war ein Stück Brot. Hoffentlich hast du die Zeit bei uns genossen. Nichts sonderlich. Das höre ich gern. Ich bin draußen, ohne mein Pferd. Kann ich gehen? Gehen? Ja, leider. Und jetzt verzieh dich und lass dich meinetwegen... Ich bin raus aus der Burg. Ohne mein Pferd. Ich hätte gerne mein Pferd da. Das ist meins. Kriege ich das wenigstens? Möchte mir kein neues Pferd holen müssen. Was habe ich denn noch im Winter? Auch die Äpfel sind mir weggeblieben. Kriege ich nicht mein Pferd wieder? Ach, Mann. Tschüss. Was ist schön mit dir? Ich hätte mein Pferd nicht wieder. Dann ist das so. Was soll man machen? Ja, ich kann mich nicht heilen, sondern... Ach, warte. Heilen. Okay. Was? Boah, dann nicht. Dann soll ich halt drauf gehen. I don't care. Lasst mich einfach sterben. Sind wir jetzt Wanderer? Ohne... Mit einem Ziel. Aber ohne alles. Ich habe entdeckt Bildstock. Aha. Ja, das nimmt kein gutes Ende her, aber... Weißt du was? Ich hoffe, dieióans mit울 sein interessieren. Ich hoffe, es ist heute nicht Alle. Ich hoffe, alle essen zu dir. Und alle Left. Bis zum nächsten Mal.